Was? Was willst du? Was willst du? Du kannst gar nichts machen, Junge. Du kannst gar nichts machen. Hast du nicht heute gelesen in der Zeitung? Ja? Da haben ein paar, fünf Mann, randalierende fünf Leute, haben eine Frau vom Fahrrad getreten. Ha ha! Letztes Mal auch, da haben die eine Frau, ja, in der U-Bahn-Station die Treppe runtergeschubst. Ha ha ha! Was willst du machen? Polizei? Die Polizei kann nichts machen. Die Polizei kommt, die macht eine Anzeige. Eure Gesetze kennen wir bereits. Die Polizei kommt, macht eine Anzeige, da wir sowieso kein Geld haben. Wir sind als Flüchtlinge hier, ja, aber wir haben Anwälte, die erzählen uns alles, was hier so alles geht und was nicht geht. Ja? Kann die Polizei nichts machen. Was für eine Strafe? Zurückschicken nach Hause? Geht auch nicht. Wie soll das denn gehen? Bei uns ist unsicheres Herkunftsland. Geht nicht. Ha ha ha! Ja. Hey, das, was ich hier an Geld bekomme, jeden Monat, 328 Euro. Manche Kollegen sogar nebenbei auch ein bisschen arbeiten. Ja, zack, 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 ein bisschen Geschäfte machen. Ja? Das verdiene ich in meiner Heimat nicht mehr im Monat. Was wollt ihr denn? Ne? Ich habe mit euren Gesetzen nichts zu tun. Warum? Ich habe eine ganz andere Religion, eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Kultur. Eure Gesetze gelten doch gar nicht. Das ist für euch gemacht. Ne? Ihr habt doch sowieso keine Eier. Eure Männer haben keine Eier. Eure Polizei kann nichts machen. Ich kann die anspucken. Puh! Die können gar nichts machen. Ja? Ich kann hingehen jemanden hier kaputt schlagen. Die können nichts machen. Ja? Was willst du machen? Was willst du machen? Du hast in dein eigenes Land gar nichts zu sagen. Eure Politiker, ach, bla 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 bla. Die reden, reden, reden. Wie kann das sein, dass du in deinem eigenen Land, ja? Du hast die ganzen Jahre, bist du, keine Ahnung wie alt geworden bist, gearbeitet. Jetzt musst du sogar Flaschen sammeln gehen, damit du klarkommst. Und eure Politiker reden, 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 wollen alles besser machen. Ja? Die haben keine Eier. Die haben keine Eier, eure Leute. Jetzt sind die Wahlen. Deutsche Bürger beschweren, 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 beschweren und dann ganz schnell alles vergessen. Ich bin gekommen, ich gehe nicht mehr zurück. Egal was. Selbst wenn wir sagen, Zeit ist zurück zu gehen, ey, ich gehe anderes Land, andere Grenze. Komm noch mal rein. Ja? Du hast doch gesehen, Bundeswehrsoldat, ja? Hat sogar Fingerabdrück gemacht. Haben die nicht mal gemerkt, dass er deutsch ist. Der ist deutsch, hat keiner gemerkt. Ja? Was machen, was machen? Was wollt ihr machen? Wir scheißen auf eure Gesetze, wir scheißen auf eure Kultur, wir scheißen auf eure Mentalität, wir scheißen auf eure Polizei, eure Richter haben keine Eier, ja? Wir packen eure Frauen an, ja? Wir machen was wir wollen, schubsen, treten, spucken. Was wollt ihr machen? Was machen? Scheißegal. Ich bin gekommen, ich bleib hier. Frankreich schon vorbei, Belgien vorbei, Holland sowieso vorbei. Jetzt Deutschland dran. Berlin. Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020